Patrick, was für ein Probe, die hat so geil aus, mit dem Abzug Bier trinken. Einmal frei. Schmeckt es gleich besser. So, wahrscheinlich das erste Mal, dass man die Habe Grönemeyer ordentlich versteht. Ich muss mich nicht verschwinden, ich lachen. Wir haben wieder die Nacht zum Tag gemacht, als schnell mit Fische haben sie Macht. Und abfließt, zieh die Karriere, mein Kopf ist schwer, die beiden zu tanke. Beleite, ich höre, bin rot, blau und licht, wie tut's das Spurzettel, das Gleichgewicht. Kürze, rümmerische Explosur, Sonnaufgang, Sonnuntergang, es ist voll. Es ist wieder los, was ist passiert? Kürze, rümmerische Explosur, das Gleichgewicht. Kürze, rümmerische Explosur, das Gleichgewicht, das Gleichgewicht. Kürze, rümmerische Explosur, das Gleichgewicht. Kürze, rümmerische Explosur, das Gleichgewicht. Die Möge sind gerade für Kürze, alle Schürfe, die wir uns nicht verlibt. Das ist die Frage, die die Frage, die eine abbricht, die Einblaschen, die die ungezvolde. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020